Ja Leute, jetzt fahren wir hier ab und ja, da will ich sagen, bis später. Ja Leute, jetzt hier ist ein Tunnel und ich esse hier gerade noch was. Hier ist ein Tunnel und es war gerade früher noch ein Tunnel, also würde ich sagen, kommt rein, ciao. Ja Leute, jetzt sind wir gerade in noch einen Tunnel reingefahren und wieder rausgefahren, also würde ich sagen, bis später. Ja Leute, bist du dann gerade noch in den Tunnel reingefahren? Ja Leute, jetzt sind wir vom Tunnel rausgefahren und jetzt ist noch einer Leute, richtig krass. Also bis später. Ja Leute, wir halten jetzt gleich an. Alter, das war eine riesige Lock. Aber naja, bis später. Und ja, bis später. Das war's ja gar nicht. Vielen Dank.